Die Brutmutter Die Skygear Station. Das geheime Waffenlabor der Liga. Sie ist das Herz von Mengsk's Hybridenprogramm. Erzähl mir von den Hybriden. Eine Kombination der DNS von Zerk und Protos. Etwas, das unmöglich sein sollte. Und diese Kreaturen folgen wirklich den Befehlen von Mengsk? Das glaubt er zumindest. Ich selbst bin da nicht so sicher. Dieser Ort ist sehr abgelegen. Trotzdem wird er so streng bewacht wie Kurhal selbst. Die Terraner müssen hier etwas sehr Wertvolles verstecken. Technologie dieser Größenordnung? Dazu sind Arcturus Ingenieure nicht in der Lage. Vielleicht haben sie Hilfe von einer höheren Macht erhalten. Wenn es Antorten gibt, dann im Inneren. Dieser Ort besteht aus Stein und Metall. Warum? Bist du nicht beeindruckt? Die Uhrzeig könnten so etwas nicht bauen. Mit Werkzeugen kann man etwas schaffen, das stärker ist als dein Panzer oder deine Klauen. Werkzeuge bleiben gleich. Ich sammle. Ich entwickle mich. Ja, und nachdem wir von jedem hier die Meinung gehört haben, willkommen zurück. Wir haben noch eine Evolutionsmission. Wir machen aber jetzt die nächste Story-Mission. Denn irgendwie will ich wissen, wie es weitergeht. Und keine Panik, wir machen natürlich alle Evolutionsmissionen. Die Vorhut deines Schwarms kontrolliert den Eingang zum Labor. Die Hybriden warten im Innern. Jagen wir sie zur Hölle. Beeil dich. Ich habe einen Kampf zu führen. Ich muss dich vor dem Wesen warnen, das dieses Labor leitet. Doktor Narut. Ein uralter Gestaltenwandler, der im Laufe der Jahre viele Formen angenommen hat. Er hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Also ist er kein Terraner. Pothos? Er kann nicht zerg sein, das wüsste ich. Nichts davon. Er ist der Diener eines uralten Xel-Naga namens Amon. Ich habe auf Zerus von Amon gehört. Er ist tot. Nun, seine Schöpfung lebt weiter. Narut ist die gefährlichste Kreatur, der du je begegnet bist. Und dort drin wirst du ihm gegenüberstehen. Wir sind drin. Kerrigan. In diesem Labor befindet sich die Krönung von Naruts Forschung. Hybriden. Sie sind die ultimative Waffe für die letzte Schlacht. Die Hybriden erwachen es. Was geschieht mit dir? Er greift mich psionisch an. Schwächt mich. Bleib stark. Töte den Hybriden. Oder wir sind alle den Untergang geweiht. Wow, der Hybriden kann sogar gegen Kerrigan vorgehen. Na gut, wir machen Drohnen, denn die helfen gegen alles. So. Auf die drei. Töte den Hybriden, bevor dich sein Angriff umbringt. Erledigt ihn. Sofort. Ja, ja, Moment. Erstmal machen wir Drohnen. Und zwar jede Menge. Kann Kerrigan hier alleine gegen den gewinnen? Naja, wir können es mal probieren. Und den Tumor, den setzen wir hier hin. Also, Kerrigan gegen Missgeburt. Mal sehen, wer gewinnt. Erstmal hier eine Welle rein. Ja, locker. Also locker besiegen wir den. Eine Heilung, noch eine Welle. Wir passen uns an. Okay, den kriegen wir. Na, schon gewonnen. Deine Königin lautet. Nein, okay. Nochmal eine Heilung und noch eine Welle. Der Hybriden erobert alles. Wir kennen keine Geräte. Der Hybriden ist tot. Aber es wird nicht der letzte gewesen sein. Du bist hier nicht willkommen, Kerrigan. Na gut. Meine Königin. Ich habe überall im Labor aktive Psi-Signaturen von Hybriden festgestellt. Okay, hier. Hier. Und hier. Drei. Aber wir müssen doch sieben besiegen. Naja, okay. Was bauen wir? Hm. Ich würde sagen, wir gehen voll und ganz auf Masse und überrennen den Gegner hier unten in seinem Labor. Und deswegen brauchen wir Zerklinge. Also eine weitere Brutstätte setzen wir hier hin. Dann machen wir uns hier eine Kammer hin. Ach komm, wir machen noch eine Kammer. Okay, die setzen wir hier hin. Zwei von denen. Und wir machen noch eine Queen. Die kommt einmal hier hin. Kerrigan. Wo ist Kerrigan? Sprich. Hier drüben. Die schicken wir mal hier hin. Die Eroberung geht weiter. Ein wenig scouten. Wir verzehren alles. Gewacht. Oh Mann, machen wir Damage. Mit der Kettenreaktion. Wahnsinn. Na komm, räuchern wir sie aus. Na im Grunde brauchen wir gar keine Einheiten. Kerrigan macht alles alleine. Gewagt. Okay, schauen wir mal. Der nächste Hybrid. Dieser Planet gehört mir. Wow, 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 wow. Was kommt denn da oben? Eine kleine Armee. Okay, hier brauchen wir Verteidigung. Deine Königin lauscht. Aber wir holen den hier jetzt. Ich spüre deine Angst. Upgrade Nummer 1 und Upgrade Nummer 2. Und dann jede Menge Zerklinge. Yo, kein Problem. Kerrigan, Number 1. Bam, die Welle. Und wir machen Bainlinge. Noch mehr Zerklinge. Mehr Overlords. Na gut, meinetwegen. Und dann machen wir hier noch ein. So, die Zerklinge. Die machen wir auf die 2. Die Königin, die macht einmal hier einen Tumor hin. Damit wir auch schön schnell sind. Kann die denn bitte mal vorbeigehen? Na komm, zieh sie mit. So. Okay, Kerrigan. Was macht Kerrigan? Kerrigan geht hier unten hin. Okay. Boah, da kommen sie, die Zerklinge. Einfach über Rennen. Zerlegen wir die Basis. Wir können ja ganz schnell wieder neue machen. Du bist mir im Weg. Der Tod erwartet dich. Okay, es wird ein bisschen viel. Gewagt. Ja. Da oben war mehr als erwartet. Ich spüre deine Angst. Aber dennoch hauen wir sie alleine weg. Mit Kerrigan. Ihr habt mich dazu gezwungen. Und jede Menge Zerklinge. Daraus machen wir Bainlinge. Dann sind wir noch ein wenig schneller. Und den Tumor, den schicken wir hier hin. Und den anderen, den machen wir weiter hier oben hin. Alles klar, Kerrigan. Dann übernehmen wir mal die Basis. Tötet sie alle. Wir verzichten. Eure Königin wird angegriffen. Ja, ja, ja. Meinetwegen. Ich werde Vergeltung üben. Komm, hier drauf. Da kommen die Hellions raus. Und Zerklinge hinterher. Was du heute kannst besorgen? Die Liga hat einen Brutalisten gefangen genommen. Wenn ich nahe genug herankomme, kann ich ihn kontrollieren. Wo? Ach, hier drüben. Nee. Ein Hologram. Wo finden wir den? Es ist Zeit. Hm. Eine weitere Errungenschaft. Ich bin der Schwarm. Ach, können wir hier die Mineralien gar nicht übernehmen? Gewagt. Keine Gnade. Aber wir können hier Gas abbauen. Mengsk wird leiden. Wir nehmen mal eine Drohne mit. Ein weiterer Hybrid wurde freigelassen. Sie müssen vernichtet werden. Was ist das Ding? Und bauen hier die Basis hin. Und dann machen wir noch mehr Zerklinge. Na, man sieht schon, wir machen richtig viele Einheiten. Und die kommen so schnell raus. Also wir überrennen den Gegner regelrecht. Upgrade, Upgrade. Overlords brauchen wir. Yep, machen wir. So. Dann noch eine Heilung. Und wir müssen, Moment, der hier oder der hier? Der hier. Dann müssen wir hier hin. Dieser Planet gehört mir. Ich werde Vergeltung üben. Der Schwarm ist dem Feind begegnet. Easy. Aber sowas von. Was ist es, die? Mengsk wird leiden. Der Schwarm erobert alles. Yep. Auf jeden Fall. Ach komm, die holen ja weg mit Kerrigan. Wo ist meine Armee? Neue Zerklinge. Dieser Planet. Ich werde Vergeltung üben. Ja? Ach, hier drüben. Da können wir den mitnehmen. Die Eroberung geht weiter. Ich dachte schon, wo finden wir den? Wir passen uns ab. Naja, sehr schön. Macht euren Frieden. Ich denke mal, den können wir gebrauchen. Wir verzehren alles. Der Brutalisk gehört mir. Wow, der macht mehr Damage als Kerrigan. 1500 Lebenspunkte. Die nehmen wir als Verteidigung. Deine Königin lauscht. Es ist Zeit. Gewagt. Wir... Okay, die ziehen wir ab und wir gehen drauf. Den machen wir solo. Ich hab keine Lust, die Zerklinge zu verlieren. Ich bin der Schwarm. Du hältst nicht mehr lange durch. Die Hybriden müssen vernichtet werden. Mengsk wird leiden. Heilung. Welle. Okay, Mineralien haben wir eh mehr als genug. Kerrigan. Wow! Woher kommen die alle? Dieser Planet gehört mir. Was du heute kannst besorgen? Oh Mann, der kann sich teilen. Ein weiterer Hybrid wurde getötet. Alles klar. Wir brauchen Gas. Mutation abgeschlossen. Oh, was kommt hier unten? Eine kleine Armee? Es ist Zeit. Ich würde sagen, wir machen Bainlinge daraus. Und zwar jede Menge. Oh Mann, das wird übel. Das wird richtig übel. Damit zerlegen wir eine ganze Basis. Und zwar so schnell. Ein Hybrid hat begonnen, dich mit psionischer Energie anzugreifen. Du kannst das Unvermeidliche nicht bekämpfen. Dich. Hat die eben gerade fick dich gesagt? Spür den Zorn des Schwarmes. Das klang zumindest so. Ich bin nicht dazu gezwungen. Vikings. Bunker weg. Wow. Das tut weh. Das tut weh. Was für eine Armee. Mengsk wird leiden. Na komm, ein paar jagen wir hier drüben rein. Blop, 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 blop. Und die Minis hinterher. Blop, 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 blop. Ich werde verglichen. Sprich. Du bist mir. Okay, wir machen neue Zerklinge. So. Und wir machen Kerrigan. Geht's gut. Wir machen hier oben ein paar Overlords. Alles klar. Dann noch hier ein paar Drohnen hin. Jagen wir die hier rein. Und die hier jagen wir hier hin. Und den ziehen wir hier oben hin. Denn wir können sogar hier oben noch eine weitere Basis machen. Größenwahnsinn. Komm schon, Arnie. Kannst einpacken. Du heute kannst besorgen? Macht euren Frieden. Es ist Zeit. Ja? Okay, machen wir die hier noch. Und die kommen auf die zwei. Na, sieh mal eine Ahnung. Was kriegen wir denn hier? Miner. Der Schwarm hat die Kontrolle über beide Brutalisten übernommen. Exzellent. Jetzt vernichten wir die Hybriden. Komm schon rein. Boah. Wie er seine Welle gemacht hat. Yes. Allein mit Bainling. Der Schwarm hat seinen Zweck erfüllt. Ein zerbrochenes Werkzeug. Nutzlos. Ignorier sein Geschwätz. Wir haben noch mehr Bereiche des Labors unter unsere Kontrolle gebracht. Weitere Hybrid-Signaturen entdeckt. Der Schwarm ist dem Feind begegnet. Moment. Wir machen erstmal Einheiten. Okay, was machen wir mit den letzten hier? Wo wollen die hin? Ach, die wollen hier drüben hin. Wow. Ich liebe Bainlinge. Noch die Reaper hier alle weg. Marines. Na, kriegen wir das hier noch. Es brennt. Yes, wir haben's. Ja. Mann, sind wir gut. Wir passen uns an. Okay, dann rennen wir mal rein. Sollen wir Bainlinge machen oder wollen wir rein mit den Zerkling? Erstmal machen wir hier Drohnen. Achtung. Ein weiterer Hybrid greift dich an. Na gut, der hier. Was ist es diesmal, was du heute brauchst? Na, Banshees. Keine Gnade. Jetzt. Na komm, hauen wir sie weg. Es ist Zeit. Oh, die sehen uns. Dann gehen wir hier weiter. Alles klar, Kerrigan. Du hier. Zerklinge hier. Heilung. Und ich würde sagen, wir machen wieder Bainlinge. Morphen, 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 Morphen. Na komm schon, es gehen noch mehr. Na, wie geht's Kerrigan? Ah, die teilen sich wieder. Wow, so viele Bainlinge. Das wird übel. Okay, das waren alle. Oh Mann, da kommen die Ersten. Team Overrun. Einfach rein hier. Wir sollten Einheiten erschaffen, die fliegende Einheiten angreifen können. Wenn wir Hydralisken oder Mutalisken erschaffen, können wir feindliche Lufteinheiten vernichten. Okay, ein paar hier hin. Das brennt weg. Das brennt weg. Und dann bleiben wir mal hier, holen Kerrigan nach. Was steht hier unten noch? Ach so. Na gut, wir machen's. Wir passen uns an. Wieso? Weil wir's können. Spürt den Zorn des Schwarms. Die Eroberung geht weiter. Okay, was nun? Was tun wir nun? Befreien wir den Nächsten. Ich bin der Schwarm. Der Tod erwartet dich. Ein Hybrid greift dich mit psionischer Energie an. Kannst du ihren Hass spüren, Kerrigan? Fühlst du, wie er durch dein Bewusstsein spricht? Sprich. Du überraschst mich. Aber deine Lage ist doch immer hoffnungslos. Wenn das hier vorbei ist, bist du an der Reihe, Narut. Ich habe zwei Hybrid-Signaturen aufgespürt. Sie befinden sich ganz in der Nähe. Deine Königin lauscht. Mengsk wird leiden. Okay, zwei direkt nebeneinander. Oh, wie süß. Meine kleinen Mini-Bainlinge. Sie schweben. Na, wollt ihr hier oben hin? Okay, jede Menge Zerklinge, wie man sieht. Die nehmen wir alle mal auf die zwei. Und die Kerrigan machen wir wieder auf die eins. Und dann holen wir die mal nach unten. Yes, zwei kommen durch. Na los. Komm schon. Okay, wir morphen wieder. Nein, 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 nein. Es ist Zeit. Okay, sammeln hier und weitermorfen. Ich denke, so geht schneller. Komm schon. So, das waren alle. Dann befreien wir die beiden. Was haben wir hier oben noch? Der Schwarm erobert alles. Wir kennen keine Grenzen. Abgeschlossen. Keine Gnade. Einer. Der Ruth hat zwei Hybriden gleichzeitig erweckt. Es ist so weit, Kerrigan. Töte sie. Und das Labor gehört uns. Ja, schon weg. Wow. Bain-Linge. Meine Güte, hauen die rein. Wir waren erfolgreich, meine Königin. Im Labor gibt es keine weiteren Signaturen von Hybriden. Schickt den Schwarm in die unteren Ebenen. Tötet alles, was sich uns in den Weg stellt. Tja, das war mal wieder eine Mission und wir haben eben gerade nur mit Bain-Lingen gespielt. Was haben wir hier? Hier war irgendwo noch eine weitere Kommando-Zentrale. Aber die Bain-Linge waren super. Die Hybriden kamen, Bain-Linge rein. Bäm, 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 bäm. Alles weg. Geniale Einheit. Wir sehen uns in der nächsten Mission. Wie immer, danke fürs Zusehen. Und... Tschüss. Tschüss.